Wolfgang Flato aus Bremen darf bei der Volkszählung mitmachen. Er besitzt eine Eigentumswohnung. Wie jeder Immobilienbesitzer muss er dafür ein Formular ausfüllen. Und das kam per Post. Da waren 6 verschiedene Formulare drin. Und keine Hausnummer passte zu meiner Wohnung. Ich habe gedacht, ob die noch da ganz oben richtig sind. Na, Herr Flato, so eine Volkszählung ist ja auch nicht ganz einfach. Und damit die Behörde niemanden übersieht, hat sie eben lieber zu viele als zu wenige Bögen an die Wohnungsbesitzer verschickt. Ich habe hier eine Eigentumswohnung und habe diese Zählbögen vom Statistischen Landesamt zugeschickt gekriegt. Und stellte erstaunt fest, dass es ein zentimeterdicker Stapel gewesen ist. Die große Volksbefragung war eben ein bisschen zu viel für die kleine Behörde in Bremen. In all diesen Häusern hat jeder eine Eigentumswohnung und hat für jede Wohnung mindestens 17 Bögen zum Ausfüllen gekriegt. Da genau das Gleiche. Was habe ich damit? Dieser Mist hier, auf Deutsch gesagt, der ärgert mich dermaßen. Weißt du was, ich möchte am liebsten den Kram hin schmeißen und erledigen. Das ist der Schildbürgerstreich schlechthin. Na, na, na. Die Behörde hat doch eigentlich alles richtig gemacht. Wir sind hier nicht falsch mit den Daten umgegangen. Wir haben die Daten gut im Griff. Wir haben das Verfahren überlegt. Herr Flato übrigens hat die falschen Formulare nicht einfach zurückgeschickt. Ich habe die sechs falschen Fragebögen persönlich zum Amt zurückgebracht, um Porto zu sparen. Aber Herr Flato, das haben sie sich aber ein bisschen einfach gemacht. Ich wollte die falschen Fragebögen hier abgeben. Mir wurde aber gesagt, dass ich die hier auszufüllen hätte. Sonst würde es eine Strafe nach sich ziehen. Und deshalb hat er die falschen Fragebögen alle ordnungsgemäß ausgefüllt. Nur den richtigen, den gab es immer noch nicht. Ich wollte den richtigen Fragebogen für meine Wohnung mitnehmen. Mir wurde aber gesagt, der wird zugeschickt. Wir haben die Daten gut im Griff. Wir haben das Verfahren überlegt. Herr Flato hat den Überblick leider etwas verloren. Und der richtige Fragebogen ist immer noch nicht da. Und wir haben das Verfahren überlegt, was der Vorsitz der Ferien nach der Asseins- nürohen ist. Und wir haben das Verfahren überlegt. Vielen Dank.